Ich bin Sankar und bin in 13 Jahren Briefträger in Bern. Mein Vater ist schon seit 1989 in Bern. Ich war wegen des Bürgerkrieges in Sri Lanka. Dann kam ich, Mutter und Geschwister 1996 in Bern. Das ist der verhindertste Eingang. Wir waren immer in Bern. Ich will auch nicht weg von Bern. Das hat mir der Stadt so gefällt. Geht's gut? Ja, es ist sehr gut. Es ist vielleicht kalt, oder? Ja. Ich war bei Sri Lanka, es ist nicht so Winter. Meine Frau kommt aus Basel. Ich musste sie überziehen, dass sie nach Bern kommt. Weil ich nicht nach Basel gehen wollte. Und schlussendlich konnte ich sie auch überzeugen. Jetzt gefällt es ihr auch, Bern. Und Bern-Deutsch-Kundland. Ich glaube, es ist auch wieder eine Hippe, Beamte und Geräusche. Das hat die Überschritte. Das hat die Überschritte. Vielen Dank.